Also morgen Samstag am 26. Juli ist im Forum in Uslar eine Lesung und die werde ich bestreiten. Also ich werde Sie auf das Köstlichste unterhalten mit dem Thema Freundschaften und Kindheitsträume. Und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn Sie dabei wären. Kommen Sie, ich freue mich auf Sie. Untertitelung. BR 2018